Lohnt es sich in Deutschland, gefälschte MPU-Gutachten oder Abstinenznachweise zu kaufen, um damit den Führerschein direkt wieder zurückzubekommen? Welche Risiken dahinter stecken, das erfährst du in diesem Video. Viele, viele Nachrichtensender haben darüber berichtet, auch viele Zeitschriften, dass hier ein gewerbsmäßiger Betrug stattgefunden hat und sehr, sehr viele Menschen tatsächlich hier bei dieser Vorbereitung diese gefälschten Dokumente gekauft haben. Problematisch ist aber jetzt, dass es irgendwo an irgendeiner Stelle schiefgegangen ist und jetzt die Polizei festgestellt hat, hey, hier müssten wir mal ermitteln. Das hat die Polizei auch gemacht und es war auch ein namhafter Rapper mit am Boot, der eine gewisse Reichweite im Internet hat. Natürlich in der Rap-Szene sind viele Menschen logischerweise auch am Kiffen verlierenden Führerschein. Dann kann es sein, dass ein Rapper dann mal ein paar Posts macht und dann tausende Menschen an diesem Angebot natürlich Interesse haben. Kurz Unterbrechung, wenn du deine MPU bestehen möchtest, ohne lange Abstinenznachweise, dann trag dich eben bei uns ein unter www.sedura.de. Da bekommst du ein kostenloses Beratungsgespräch. Alternativ findest du den Link auch hier in der Videobeschreibung. Und die Kripo hat jetzt tonnenweise, aktenweise viele Dokumente beschlagnahmt und das wird jetzt ausgewertet. Das kann jetzt ein Jahr dauern, das können auch zwei oder drei Jahre dauern. Problem ist aber jetzt, dass all die Menschen, die gefälschte Dokumente gekauft haben, die werden alle der Reihe nach ihren Führerschein wieder eingezogen bekommen von der Führerscheinstelle und müssen erneut die MPU machen. Aber diesmal auch mit einer Straftatenfragestellung, weil es eine Urkundenfälschung ist. Und jetzt ist es natürlich auch besonders schwer, den MPU-Gutachter bei der kommenden MPU dann davon zu überzeugen, dass sie sich wirklich geändert haben. Und deswegen rate ich immer dringend davon ab, Leute, kauft keine gefälschten Dokumente, weil die Person, die es euch verkauft, hat es schon an Hunderten verkauft. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Person irgendwann dabei erwischt wird. Und dann kommt die Kripo, die KTU, die kriminaltechnische Untersuchung, die nehmen die ganzen Dokumente, die Speichermedien, Festplatten, werten alle Daten auf. Sollte dann irgendwo dein Name darunter tauchen, ist dein Führerschein dann auch weg. Deswegen geht immer lieber den langfristigen Weg. Macht einmal ganz clean die MPU, dann habt ihr das ganze Thema durch. Und dann müsstet ihr auch nicht mehr die nächsten Jahre irgendwie bangen, dass, falls jemand hochgenommen wird, auf einmal euer Führerschein wieder komplett unerwartet eingezogen wird. Das bringt es einfach gar nicht. Die MPU zu bestehen ist gar nicht zu kompliziert. Wenn du wissen willst, wie du deine MPU bestehen willst, auch ohne lange Abstinenznachweise, ohne zwölf Monate oder ohne 15 Monate, oder du sogar Medizinal-Kannabis-Patient bist oder werden möchtest, dann kannst du auch gerne mit mir kostenlos über das Internet, über die Thematik sprechen. Ich zeige dir einen Weg, wie du schnell in diesem Jahr wieder deinen Führerschein zurückbekommst. Wie kannst du mit mir am besten Kontakt aufnehmen? Das Video, was du dir gerade anschaust, hat hier unten eine Videobeschreibung. Da tippst du einmal drauf. Da ist ein Link, der führt dann zur Website. Da kannst du dich in ein paar Sekunden eintragen. Danach rufe ich dich am Handy direkt zurück und erkläre dir genau, wie das Ganze funktioniert, auch ohne zwölf oder 15 Monate Abstinenznachweise. Und noch eine Sache. Bitte, bitte, wenn du bei einem Vorbereiter bist und der irgendwie versucht, dich dahin zu animieren, dass du gefälschte Dokumente kaufen sollst, brecht die Vorbereitung dort ab, melde dich einmal kostenlos bei uns und dann sage ich dir, wie es richtig funktioniert.